Okidoki Hallo! Hallo Thomas! Na, was kann ich heute für euch tun? Wie wär's zum Beispiel mit unlösbaren Aufgaben? Das sind doch die Dinger vom Arzt. Und die sollt ihr zum Springen bringen. Wie? Wie? Wie kann man eine so lange Bahn von Toilettenpapier am schnellsten verschwinden lassen? Nur durch geniale Einfälle. Ab 7. Dezember in... Neu!